Ich stelle euch heute die Frodo-Sandale daraus vor und zwar in der offenen Variante. Es gibt sie auch noch geschlossen, wenn ihr es also lieber mit Zehenschutz mögt, dann gerne die geschlossene Variante. Der klassische ist hier mit offen vorne. Ich finde, das ist eine Sandale, die einen super coolen Schnitt hat, der sehr italienisch anmutet. Also für Leute, die es gerne so in diesem italienischen Style ein bisschen natürlicher mögen. Hier so mit diesem Flechte durchgezogenen, super schön und super einfach anzuziehen. Nämlich einfach mit einem Klett zu öffnen und zu schließen. Das heißt, der Kinderfuß kann hier einfach reingleiten, dann einfach schließen. Das Leder ist total leicht und butterweich. Und von der Passform her empfehlen wir sie gerne für einen mittelbreiten bis leicht breiten Fuß. Die Zehenbox ist schön ergonomisch, sodass das eigentlich immer gut passt. Für schmale Füße eher nicht, da haben wir andere Modelle. Die Sohle ist mittelweich, mittelflexibel, läuft sich mit der Zeit aber natürlich noch ein bisschen weicher und hat den Vorteil, dass sie wirklich einen super guten Grip hat und auf allen Terrains gut funktioniert. Der Daraus von Frodo.